Zehn Jahre, das ist ein ganz besonderer Geburtstag für BibelTV. Ich möchte deshalb all den Engagierten, den Mitarbeitern und Mitarbeitern und vielen, die da mitmachen, zu diesem Geburtstag auch gratulieren. Hamburg profitiert von diesem Sender, wir sind ein großer Medienstandort und deshalb freuen wir uns ganz besonders, dass der größte christliche TV-Sender in unserer Stadt hergestellt wird und hier seinen Sitz hat. Das ist etwas, das zur Vielfalt unserer Stadt gut dazu passt. Ich hoffe, dass die zehn Jahre ein Ansporn sind für die nächste Zeit und dass die vielen, die in Deutschland den Sender gucken, auch weiter davon Gebrauch machen werden und sich freuen, wenn sie die Sendung verfolgen. Alles Gute!